Wir sind hier in Kammerforst und Kammerforst hat sich bei unserem Projekt Wir Forsten aufbewogen. Da haben sie jetzt den zweiten Platz gemacht mit ihrem Vorhaben im Dorf für mehr Begrünung zu sorgen, für andere Begrünung und das zusammen mit den Kindergartenkindern. Wir stehen hier vor dem ehemaligen Obergut. Wir haben den Ort gewählt, weil die Kinder die Naturprojekte oder Umweltprojekte in diesen Räumlichkeiten ausüben werden. Und dieser Platz soll diesen Lernraum von innen nach außen tragen und erweitern.